Einfach mal Pause machen, sich vielleicht einen Tee aufgießen. In dieser kleinen Box sind fünf Teebeutel mit Wochentagen sortiert, dass man jeden Tag daran denkt, auch wirklich was mit seiner Gesundheit zu tun und mal ein Tässchen Tee zu trinken. Und damit das Ganze auch Spaß macht, ist alles farblich sortiert nach den Wochentagen. Und in dieser Box kann bestimmt diese Woche gar nichts schief gehen.